Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. All right, Brother Friends und Sister Friends und D-Max Friends. Nach dem Royal Rumble ist vor dem Community-Treffen. Das hier ist die letzte Review von AEW Dynamite, bevor wir euch in Fulda sehen. Und ja, wer sind wir überhaupt? Ich bin der TJ und der Tobi kann heute leider nicht da sein. Der ist unterwegs auf Dienstreise und ja, ich bin der Pro-Wrestler hier in dem Team. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich stand auch schon mit dem ein oder anderen im Ring, den wir heute gesehen haben bei dieser Episode von Dynamite. Und ich könnte diese Review nicht machen ohne meine bessere Hälfte heute, den Flo. Ja, mein lieber TJ, du bist nicht nur der Wrestler hier im Team, du bist auch unser lieber Sommerquiz-König. Nicht vergessen, Freunde, all hail the TJ. Und das könnt ihr ja mal wirklich abfeiern, wenn wir uns dann übermorgen sehen beim Community-Treffen in Fulda. Ich freue mich sehr auf diese Review mit dir, mein Lieber. Yes, übermorgen ist es soweit und für uns beide geht's morgen schon on the road, damit wir rechtzeitig dort am Start sind. Aber, lieber Flo, lass uns reden über AEW Dynamite aus Dayton, Ohio im Nutter Center. Und ein Lokalmatador, mit dem ich auch schon im Ring stand, kommt auch direkt als erstes raus, nämlich John Moxley aus Cleveland. Das ist nur eine Stunde entfernt von da, wo Dynamite diese Woche war. Der wird begleitet von seinem Papa, ne, wenn wir schon in Ohio sind, dann kommt der Papa Dan gleich mit zum Ring. Wheeler Yuta, okay, der ist auch mit dabei. Und der Gegner von Moxley diese Woche ist natürlich niemand geringeres als der Hangman. Das ist sozusagen das dritte Match in dieser Match-Serie von den beiden Jungs. Und sie beginnen diesen Kampf diese Woche anders als ihre anderen beiden Matches, nämlich mit einem Hot Start. Der Hangman geht sofort auf Moxley los, die beiden brawlen außerhalb vom Ring. Es geht über die Barrikade, es ist noch gar kein Ringgong ertönt. Und die beiden brawlen sich erstmal quer durchs Publikum. Es gibt einen Figure Four Leg Look, wo ich sehr lachen musste, von Moxley. Also mitten im Publikum, random irgendwo auf dem Boden. Aber der Hangman befreit sich daraus, indem er Bier nimmt und das dem Moxley ins Gesicht wirft. Ins Gesicht. Und ja, irgendwann kommen die beiden dann nach einigen Minuten in den Ring und dann gibt's die Ringglocke. Und dann geht dieser Kampf auch wirklich los. Die Story von diesem Kampf ist eigentlich relativ simpel. Wir haben es gesehen, wie man im letzten Match von den beiden das mit der Concussion mit reingenommen hat in die Match-Story, nachdem es ja beim allerersten Match die echte Concussion gab, den echten Knockout gegen Moxley. Entschuldigung von Moxley gegen den Hangman. Und darauf spielt man dieses ganze Match an. Direkt auch schon zu Beginn. Also Moxley versucht gleich mal eine Lariat zu zeigen. Das gelingt ihm am Anfang nicht. Und es gibt in diesem Match mehrere Versuche von Lariats, aber auch Lariats, die durchgehen. Und wie man das so kennt in einem Moxley-Match, er blutet auch direkt zu Beginn. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich hat er einmal zu fest geatmet. Und der Hangman dominiert dann zunächst dieses Match und dominiert auch in der Werbepause. Also in der Werbepause gibt es eine Heat gegen Moxley. Und als wir aus der Werbung zurückkommen, da nimmt das Match dann sehr plötzlich Fahrtwind auf mit einem Avalanche Death Valley Driver vom Ringseil, vom Hangman. Und der schreit dann den Moxley nur an, stay down, stay down, bleib doch gefälligst liegen. Aber Moxley, out of nowhere, mit dem Cutter, kämpft sich damit zurück ins Match. Das ist der Beginn von seinem Comeback. Es gibt einen Schlagabtausch von den beiden. Es gibt einen Backdrop-Abtausch von den beiden. Und this is awesome Chance an dieser Stelle vom Publikum. Und dann gelingt Moxley auch eine Aktion vom obersten Ringseil, nämlich so ein Front Chancery Superplex zum Two-Count. Sein einziger Two-Count in diesem Match. Es gibt die Anvil-Elbows, es gibt den Bulldog-Choke, es gibt die Stomps an den Kopf, den Paradigm-Shift. Der wird geblockt. Und Moxley ist ja nicht dumm, deswegen geht er für den Cross-Armbar. Also er versucht auf den Arm vom Hangman zu gehen, damit der die Lariat seinerseits, beziehungsweise den Buckshot, nicht durchführen kann. Der Hangman kriegt aber den Fuß aufs Seil. Und Seil, lieber Flo, ist genau das Stichwort. Weil da geht der Hangman als nächstes drauf und macht erstmal einen Moonshold aus dem Ring. Aber der Moxley, der weicht aus. Der Hangman, der steht das ganze Ding aber trotzdem. Und Ding Dong, hier kommt King Kong, nämlich die King Kong-Lariat außerhalb des Rings von Moxley gegen den Hangman. Ja, hätte der mal nicht so viel Firlefanz gemacht mit seinem Rückwärtssalto. Heidenei, was ein wilder Ritt bis hierhin, lieber TJ. Hol erstmal Luft, trink dir einen Schluck Wasser. Und ja, du sagst es, dieser Moonshold von der Ring-Ecke. Und der steht das Ding, taumelt kurz und der kriegt dann aber auch sowas von einen verpasst. Also uiuiui. Aber da muss ich kurz einhaken, weil das geht mir nämlich ein bisschen auf den Keks. Ich habe mir nämlich gedacht so, ey Leute, ich habe da mal auf die Uhr geguckt. Ihr seid seit 18 Minuten, ihr euch ununterbrochen in einem Wahnsinnstempo auf die Nuss am Geben. Und ich finde es einfach nicht realistisch, dass der Hangman nach 18 Minuten Vollgas wirklich einen Moonshold steht aus der Höhe. Also wenn ihr beim Community-Treffen dabei seid, dann werdet ihr sehen, wie hoch das ist, wo der stand. Weil wir haben ja einen Ring dabei. Und er steht ihn, sackt halb in sich zusammen und steht dann aber direkt wieder auf und bringt sich in die Position für diese King Kong-Lariat. Das hat mich an der Stelle ganz schön rausgenommen. Also dann fall doch lieber hin und bleib erstmal liegen. Und Mox hätte damit sicherlich umgehen können an der Stelle, oder TJ? Du kennst ihn ja. Definitiv. Also die Kritik an der Stelle verstehe ich. Und generell könnte man jetzt kritisieren, dass es einige unsinnige Dinge gab in der Schlussphase von diesem Match. Weil der Hangman, der da gerade mit dem Moonshold rausgesprungen ist und gerade mit der tödlichen King Kong-Lariat umgemäht wurde, macht als nächstes außerhalb vom Ring gegen Moxley eine Pop-Up-Powerbomb durch den Tisch. Okay, gerade noch den Todesschlag bekommen. Jetzt macht er eine Aktion durch den Tisch. Kann man machen. Der Hangman schmeißt dann Moxley zurück in den Ring, macht eine Lariat seinerseits und den Dead Eye zum Two-Count. Also wir gehen jetzt wirklich in die Near Falls. Flo, hast du den Near Fall gefressen oder eher so? Ja, da muss ich sagen, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Also gerade wegen dieser ganzen Lariat-Concussion-Diskussion und die haben sich ja wirklich gegeben. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es war sehr weit im Match fortgeschritten. Das Match ging zwar noch nicht so lange, aber wir hatten ja vorher, haben die sicher schon ganz doll lieb gehabt. Und ja, denen muss ich sagen, da war ich intrigue. Da habe ich gedacht, na, das könnte reichen. Und da gibt es ja auch oft die Nuss, wenn es so ein Dead Eye gibt. Und deswegen habe ich die Near Fall gekauft, ja. Ja, und dann gibt es erstmal von Moxley, out of nowhere, nochmal eine King Kong Lariat. Diesmal aber im Ring. Ja, das wäre doch jetzt die Chance, den Sack zuzumachen und zu covern. Macht er aber nicht. Er covert ihn nicht. Es gibt keinen großen Near Fall in diesem Match für Moxley. Der Ringrichter checkt aber den Hangman. Also der Hangman hat die glasigen Augen. Der Ringrichter guckt, hallo, can you see me? Ist da einer zu Hause? Sind die Lichter noch an? Was ist da los mit dir? Bist du K.O. oder nicht? Und vielleicht war es nur eine Finte vom Hangman. Denn als Moxley ihn packt, zeigt der Hangman einen Small-Package-Driver. Der sah ungesund aus. Da hatte Moxley garantiert der Nacken danach wehgetan. Das kann ich dir aber sagen. Und dann versucht Hangman sein Finish. Die Buckshot-Lariat, na, das ist das Match der Lariats, wird aber geblockt. Paradigm-Shift wird auch geblockt. Tombstone-Piledriver. Das war früher mal in einem anderen Jahrzehnt, war das ein tödlicher Move, wo man bei WrestleMania-Matches mitgewinnt. Und hier ist es nicht mal ein Cover, weil der Hangman geht erst mal aus dem Ring raus zu einer zweiten Buckshot-Lariat. Die trifft auch Two-Count. Moxley kickt aus. Und das hat mich überrascht wie ein Schaltjahr, weil er hat, während er gecovert wird, den Ringrichter angeglotzt. Und das macht Moxley gern. Und ich werde es immer bei ihm kritisieren, dass er den Ringrichter anglotzt. Und ich weiß ganz genau, Junge, du wirst gleich auskicken, so wie du guckst. Naja, anyway, der Hangman sagt, Digga, so nicht. Ich mache jetzt deinen Move gegen dich. Der Hangman macht den Bulldog-Choke gegen Moxley. Also er verwendet Moxleys eigenes Manöver gegen ihn. Fand ich durchaus kurios, aber Flo, wenn Moxley eine Sache weiß, dann wie man aus seinem eigenen Griff rauskommt, weil out of nowhere gibt es einen Trap-Pin von ihm. Eins, zwei, drei. Und die Schulterfesselung. Eins, zwei, drei, da ist es ganz schnell vorbei. Da hat der Hangman ganz schön blöd geguckt an der Stelle, würde ich sagen. Der war auch danach nicht so richtig happy, nicht so richtig zufrieden, weil, also seien wir mal ehrlich, die haben es sich ganz schön gegeben. Und das Match war wirklich, wirklich lang. Und ich glaube, der Moxley ist nicht der Einzige, der an der Stelle mit Nackenschmerzen nach Hause geht. Ja, war nicht so richtig happy mit der Hangman. Dann gab es ein bisschen Aftermath, weil natürlich war der Hangman überrascht und wollte an der Stelle dann natürlich sich Moxley nochmal vorknöpfen, wie das denn sein kann, dass er mit so einem billigen Move nach so einem Match gewinnt. Auch wenn mir die Match-Story über das Match nicht immer ganz klar war, fand ich es trotzdem ein sehr hardhittiges Match. Es war wirklich, es war was zum Greifen. Man hat sich, die Fäde habe ich denen abgekauft und die Verbittertheit habe ich denen abgekauft. Am Ende kommen dann Wheeler Jutta und Claudio Castagnoli. Schön, dass man den auch mal wieder sieht. in den Ring und trennen die beiden, weil Mox macht dann noch einen Schneeengel und sagt, ey, hier, du, ich kann auch, wir können auch gerne nochmal. Und naja, also das hätte ich dann an der Stelle auch nicht mehr gebraucht. Deswegen fand ich es ganz gut, dass man die beiden getrennt hat. Aber happy war der Hangman nicht. Nee, aber ich fand es lustig, dass der Hangman dann Liegestützen gemacht hat, während Moxley seinen Schneeengel in den Ring malt. Das war dann durchaus sehr nett. Ja, also die beiden haben sich ordentlich gegeben hier im Opener. Das hat auch seinen Grund, dass man dieses Match in den Opener steckt, weil man wollte einfach mit Karacho in diese Show starten. Man weiß ganz genau bei AW, WWE hat gerade das Momentum, vor allem nach dem bockstarken Royal Rumble. Und wir müssen hier einen raushauen zu Beginn der Show. Und das haben die auch gemacht. Also die sind hier einen unkonventionellen Stil gegangen. Kein Match nach Schema F. Also sowieso schon nicht, weil es Babyface gegen Babyface ist. Und ja, doch ist interessant. Mal gucken, was als nächstes Kapitel kommt. Der Hangman hat ja schon angedeutet mit Rene da Backstage in diesen Interviews. Hey, du, richte dem Moxley mal was aus von mir. Ach nee, lass stecken. Also ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir die beiden vielleicht bald im Tag Team sehen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht. Aber eins kann ich dir sagen, Flo. Ein Hausshow-Match war das hier? Auf gar keinen Fall. Nein, das war sicherlich kein Hausshow-Match. Dafür haben die sich zu viel gegeben. Aber wir haben in dieser Sendung angekündigt bekommen, dass AEW tatsächlich in Amerika auf Tour geht und uns Hausshows präsentiert, beziehungsweise den dort wohnenden Amerikanern. Uns ja leider nicht. Hallo, Toni Kahn, du hörst ja unsere Podcast. Komm doch mal nach Deutschland. Das ist eine super Sache. Komm einfach nach Fulda. Das ist in der Mitte von Deutschland. Da können alle hin. Ja, genau. Am besten morgen oder übermorgen. Nein, ab dem 18.03. starten sie in Ohio. Na gut, da kennen sie sich ja jetzt aus. Und man muss auch sagen, die lassen sich nicht lumpen. Die guten Leute von AEW, also der Toni Kahn und vor allen Dingen auch der Jeff Jarrett, der das Ganze ja organisiert und auf die Beine stellen soll. Ah, yeah. Der bringt nämlich den lieben Claudio mit, die Britt Baker, den Darby Allen, den Orange Cassidy und den Jon Moxley. Alle in der ersten Show am 18.03. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht und was das Ganze für AEW bedeutet. Darüber können wir uns ja, denke ich, vielleicht, wenn wir Zeit haben, gegen Ende der Review noch mal unterhalten. Definitiv. Für mich bedeutet das, dass ich zwei Tage zu spät dran bin, weil du hast gesagt, man startet am 18.03. mit diesen House Shows. Und mein USA-Urlaub, der beginnt am 20.03. Na ja, Schwamm drüber. Wir schalten Backstage beziehungsweise in den Videotruck. Da spielt man uns ein Video, ein Promo-Video zum heutigen Main Event zwischen Darby und Samoa Joe. Da wird es um die TNT Championship gehen. Und dann, lieber Flo, schalten wir Backstage zu der René. Dann schalten wir Backstage zu meiner lieben René Parkett. Und da stehen noch ein paar andere Leute. Wir haben den Butcher, wir haben Blade, Wir haben das Bunny und auf der anderen Seite Jamie Hater, unser World Champion. Ah, wunderbar. Und na ja, Bunny macht ihr ein paar Komplimente und schmiert ihr ein bisschen Honig ums Maul. Nicht ganz ernst gemeint, aber damit hat Hater tatsächlich auch nicht gerechnet. Möchte aber dann gerne gegen Hater antreten, unser kleines Hoppelhäschen. Und weißt du was? Hater sagt einfach, du willst ein Match? Okay, kein Problem, you got it. Und dann wurde René auf einmal ganz aufgeregt und deutet auf den im Hintergrund stehenden Fernseher, wo wir dann ein Video eingespielt bekommen, wo die böse, böse Toni Storm und die noch viel bösere Saraya unsere liebe Zahnärztin attackieren. Was? Die können doch nicht die Brittany verhauen. Die Brittany ist doch jetzt eine gute, glaube ich. Achte mir bitte unbedingt auf das zarte Näschen der guten Dame. Das war nämlich mal gebrochen. Ja, ob die jetzt so gut ist oder nicht, vielleicht erfahren wir da auch noch mal ein bisschen was später. Ich persönlich fand den Abgang von Jamie Hater, die dann natürlich helfen wollte, so ein bisschen gekünstelt. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Sense of Urgency gewünscht, anstatt dann da so zu stehen, zu gucken, zu stehen, zu gucken und da so, ah, jetzt muss ich rauslaufen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie nur einen Schritt aus der Kamera rausgemacht hat. Aber sei es wie es wolle, es war wieder so ein Backstage-Segment, was irgendwie unterbrochen wird. Und davon werden wir heute noch ein paar mehr sehen. Aber erst mal haben wir ja dann ein Tag-Team-Match bekommen. Genau, denn wir kommen von diesem Backstage-Segment mit Butcher, Blade und Bunny zu einem Tag-Team-Match mit den Boot-Legged Beverly Brothers. Denn die treten an gegen unsere Tag-Team-Champions, gegen The Acclaimed. Und ja, die machen erst mal ein paar schöne Raps, von wegen, dass die Wrestler im Ring, also die schauen halt echt aus wie in den 90ern hängen geblieben, dass die in der Midlife-Crisis wären und dass die ja halt eben nur ein Rip-Off sind von den Beverly Brothers, wer die noch kennt Anfang der 90er bei WWF. Und dass die miteinander schlafen. Also die beleidigen die ziemlich derbe. Und ja, das ist ein Squash-Match, was wir dann sehen. Also das dauert nur wenige Momente. Diese Jobber haben einen schönen Moment, weil sie melken so richtig, dass sie miteinander scissern. Also die bösen, bösen Jobber, die scissern miteinander. Und die machen das auch gar nicht mal so schlecht. Aber wie ihr claimt, die können das natürlich besser, vor allem als dann Daddy-Ass in den Ring kommt und einmal ordentlich absizzert. Und ja, die schmeißen den Bo aus dem Ring und verhauen den Blake. Und der kriegt eins in die Eier. Und Mic Drop, eins, zwei, drei, aus die Maus. Also das war ein schnelles Ding. Ja, also wie der da aus dem Ring gepurzelt ist, war weder das Ware noch Turbo. Das fand ich sehr lustig. Wer den Wort jetzt verstanden hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen an dieser Stelle. Ja gut, das Match war im Endeffekt ziemlich Wumpe. Aber dann passiert ja was. Und damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Das kommen doch tatsächlich unsere Freunde, die ganz raus, nämlich die beiden Söhne von unserem Daddy-Ass. Und die haben gar nicht mal so gute Laune. Und na ja, die kommen raus und sagen, hey, wir haben das schon ernst gemeint, als wir da in der Family Therapy, TM, an der Stelle irgendeine Art und Weise von Match gegen euch gefordert haben. Wie sieht es denn jetzt aus? Und Bowens ist ja nicht blöd und sagt, hey, wir sind die Acclaimed und everyone loves die Acclaimed und die Fans stehen hinter uns. Meint ihr eigentlich, die zwei Nasen hier haben irgendwie einen Shot auf den Title verdient? Und die Antwort der Zuschauer war dann natürlich recht eindeutig. Sie sagen, nö. Und na ja, also das ganze Gezeter geht Billy Gunn halt total auf den Keks. Er sagt, jetzt hört mal auf. Jetzt haut euch halt auf die Fresse wie normale Menschen, aber ich kann mir das hier nicht mehr alles ansehen. Ich gehe. Und ja, dann hat sich einer der beiden Assboys das Mikro geschnappt und hat gesagt, ja, ja, mach mal das, was du immer tust. Das kennen wir noch aus unserer Kindheit. Dann hau halt ab und wenn du irgendwie Probleme hast, dann kannst du die ja mit Tabletten lösen, so wie du es früher immer getan hast. Hat er nicht gesagt. Böse, böse, hat er gesagt. Und das zu seinem eigenen Papa. Also immer mal im Hintergrund behalten. Das ist tatsächlich ja deren Vater. Und na ja, ich sage mal so, Billy hat das natürlich irgendwie zum Stocken gebracht, zum Schlucken gebracht. Und na ja, der ist dann wieder zurück in den Ring. Versucht seinen Jungs eine Ansage zu machen, was erst beim zweiten Mal geklappt hat, weil wieder einmal das Mikro kaputt ist. Ich weiß nicht, welche Firma von Mikrofonen die haben, aber ich könnte eine bessere empfehlen. Oder vielleicht mal den Tontechniker austauschen. Ja, wir sollten mal so eine Werbedeal mit denen machen. Finde ich super. Und dann gibt es das Match, weil Daddy Ass sagt, ja, der war so sauer, der hat gesagt, so, jetzt habt ihr mich genug genervt, jetzt kriegt ihr das Match und Caster und Bowens, also die Acclaimed, waren damit gar nicht mal so happy. Und wir verlassen die Szene quasi mit zwei grinsenden Assboys, die genau wussten, wo sie ihren Vater kitzeln mussten, um zu kriegen, was sie wollen. Definitiv. Hast du schön zusammengefasst, Flo. Und ja, die Assboys kriegen, was sie wollen. Das Publikum kriegt, was es nicht wollte. Also dieses ganze Segment wurde von dem Publikum in der Halle nur so lauwarm entgegengenommen. Also die Familientherapie letzte Woche, das war dann zumindest unterhaltsames Fernsehen für diejenigen Zuschauer, die sowas auch gerne mal in ihren Wrestling-Shows sehen, wo ich dazugehöre. Das war jetzt im Prinzip ähnlich wie dieses Therapie-Segment von letzter Woche, aber im Ring, ja, da fand ich die Backstage-Variante leider stärker als das diese Woche im Ring. Also auch wenn sie ihren Faller ordentlich beleidigt haben, schauen wir mal, was das Match bringt. Und ich bin mir ganz sicher, die Assboys werden neue Tag-Team-Champions. Und lieber Flo, wer nicht Tag-Team-Champion wird bei AEW, das ist der Jack Perry. Den sehen wir nämlich als nächstes Backstage. Und der sagt, nee, mit Tag-Team-Kram, da habe ich jetzt schon genug gehabt. Ich hatte da den Dinosaurier und das mit dem Hook, das war ja auch ganz nett. Aber ich hole mir dieses Jahr 2023 einen Einzeltitel. Ja, soll er mal machen. Bin ich gespannt, ob er seinen Worten auch Taten folgen lässt. Aber jetzt kommen wir zu jemandem, der, wenn der zuschlägt, da wächst kein Gras mehr. Erzähl mir mehr, mein lieber Alex. Hui, ui, ui, ui. Wir kommen zu einem Match von Konoske Takeshita, der letzte Woche ja heldenhaft den Bryan Danielson gerettet hat gegen Bryan Cage. Das ist ein Match der großen Jungs. Und dieses Match ist sehr klassisch aufgebaut. Am Anfang darf Takeshita ein bisschen glänzen. Dann wird er aber gecuttet, weil er kriegt eine Powerbomb außerhalb des Rings an den Ringpfosten ab von Bryan Cage. Der macht dann sogar auch mal einen Superplex. Und damit gehen wir in die Werbung. In der Werbung gibt es ganz klassisch die Heat vom Heel gegen unser Babyface. Und nach der Werbepause, da kann sich Takeshita dann in das Match zurückwrestlen mit ein paar Sheardrops und dann auch mit einer Avalanche-Variante davon. Und danach zeigt er ein Knie zum Finish, auf das Bryan Danielson stolz gewesen wäre. Ja, tatsächlich. An der Stelle habe ich auch gedacht, so, ui, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Man verbindet hier natürlich ein Stück weit dieses Match mit der Storyline rund um MJF und um Bryan Danielson. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ein schön geführtes Match. Ich wollte gerne die Laiga-Bomb von Takeshita an Cage noch betonen. Also guckt euch das auf jeden Fall noch mal an. Der Junge hat auf jeden Fall Dampf im Ärmel wie ein Braunkohlebagger. Nicht nur der Bryan Cage, sondern auch der Takeshita, der isst morgens nicht nur eine halbe Scheibe Nutella-Brot zum Frühstück. Der kriegt den da locker hochgewuchtet. Das ist richtig fein. Ich musste so lachen während diesem Match. Da haben sich die Kommentatoren, ich glaube, es war in der Werbung, da reden die ja gerne mal ein bisschen Quatsch, haben sie sich gefragt, ja, wie groß ist jetzt der Takeshita eigentlich genau? Sechs Fuß zwei oder sechs Fuß drei? Und Tess hat gemeint, ja, so in etwa, der ist ein Fuß größer als ich. Und, oder nein, ein Inf hat er gesagt. Also das war natürlich eine Lüge von Tess. Der klein gewachsene Tess, der da behauptet, er wäre genauso ein gestandener Mann wie unser Takeshita. Nein, also der ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, der Typ. Also ein Japaner mit diesem Körper, mit dieser Körpergröße und halt auch mit dem Skillset to back it up. Also der gefällt mir ganz gut. Und ich finde es ganz schön, dass man ihm hier eine Rolle gegeben hat in dieser Story mit Danielson. Dazu vielleicht später mehr. Hm, wer weiß, wer weiß. Aber erstmal gehen wir Backstage. Und da steht unsere liebe René Parkett mit der Jericho Appreciation Society. Und die adressieren Ricky Starks. Starks hat sich ja letzte Woche beschwert und Action and Ready auch. So von wegen, ha, das war unfair, ihr mit eurem Baseballschläger, ihr könnt ja nichts. Und die machen relativ schnell klar, dass sie nicht gegen den Basie verloren haben, sondern eben gegen die Jericho Appreciation Society. Und so funktioniert das mit denen nun mal. Naja, und dann, das fand ich auch sehr schön, Comedy-like. Ich liebe ja diese Dynamik zwischen Garcia und Guevara. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und die haben sich was ausgedacht, damit nämlich der Ricky Starks dann nochmal antreten darf, um zu zeigen, dass er es drauf hat gegen den Herrn Jericho. Da gibt es nämlich jetzt ein Garcia-Guevara-Gauntlet. Triple G. Ist das nicht was? Dreimal G. Okay, das kenne ich irgendwie nur aus einem anderen Kontext. Aber naja, Schwamm drüber. Naja, auf jeden Fall wird er dann gegen Angelo Parker, Matt Maynard und gegen einen von beiden, Garcia oder Guevara. Ich weiß nicht, die ziehen noch Hölzchen oder gucken sich gegenseitig in die Hose, wer dran ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie erinnert mich dieses Gauntlet-Match und du musst dich durch die Leute durchkämpfen, bis du zu mir kommst an irgendwas. Ich weiß gar nicht, was mich das erinnert. Nee, es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Vielleicht bin ich auch einfach nur komisch. Vielleicht hören wir das irgendwann nochmal. Aber es geht weiter. Wo wir gerade gesagt haben, die gucken sich gegenseitig in die Hose. Denn wir sehen in einem Video einen Spieler die Elite mit großen Bällen. Ist das nicht toll? Ja, mit diesen Bällen. Genau, mit Basketbällen. Diese Bälle sind sehr groß und orange. Was habt ihr denn gedacht? Also wer jetzt hier was Böses gedacht hat, an der Stelle, Leute, so aber nicht. Dann heute Abend. Ich hättest dir gleich den Jugendschutz auf den Hals, Flo. An der Stelle bitte dann heute Abend, bevor ihr ins Bett geht, den Mund mit Seife auswaschen. Böse Gedanken gehören weg. Nein, wir sehen die Elite in einer Basketballhalle mit Basketbällen in der Hand und beantworten die Challenge von Top Flight und AR Fox, die letzte Woche gestellt wurden und sie sind dem Ganzen nicht abgeneigt. Es wird also ein Match geben. Aber kein Segment oder Video ohne Unterbrechung bei AEW. Es gibt Traditionen, die müssen gepflegt werden. Ich kenne das. Ich bin Gölner. Das ist Tradition. Nee, das ist schon fast Brauchtum. Und da kommt nämlich mein höchstpersönlicher Lieblingsfreund, dieser Stokely Hathaway. Dieser Stokely Hathaway kommt da rein. Mit Ethan Page, mit Assire Cassidy und mit Delete Matt Hardy und ja, die möchten auch noch ein Stück vom Kuchen haben und TJ, ich habe mich wirklich gewundert, dass Delete sich auf das Niveau herablässt, aber es wird ein Match geben. Naja, ist ja nur, ist ja nur bei Rampage. Also wenn es bei Rampage ist, da kann man das schon mal machen. Die setzen sogar ihre Titel aufs Spiel. Also die Trios Championship wird auf dem Spiel stehen gegen Ethan Page und andere Leute. Ich bin mir ganz sicher, Ethan Page, bald werden wir ihn endlich einen Champion nennen dürfen bei AW. Und zwar diesen Samstag, wenn wir über Rampage reden, dann wird es soweit sein, Flo. Wann reden wir eigentlich? Wie reden wir denn über Rampage? Das können wir ja eigentlich live machen, dieses Wochenende. Wir sehen uns ja. Ja, wir werden es im Hotelzimmer machen, tatsächlich. Und wir, wir, ja. Also erst redest du von großen Bällen und jetzt redest du davon, dass wir es im Hotelzimmer machen und dass sich Leute in die Hose gucken. Diese Review entgleist komplett. Deswegen nehme ich jetzt das Ruder wieder an mich und erzähle euch vom nächsten Match, weil Brian Danielson, der hat sich erholt von letzter Woche. Aber diese Woche muss er ran, quasi in seiner Art Gauntlet, die er Woche für Woche bestreitet, gegen Timothy Thatcher. Ja, dieser Timothy Thatcher für Leute, die sich mit dem Independent-Bereich auskennen oder vielleicht auch mal hier in Europa, in Deutschland bei der WXW waren oder mal Pro Wrestling Noah aus Japan sehen. Die wissen ganz genau, was der Timothy Thatcher für einer ist. Ich kenne den auch persönlich. Das ist ein absoluter Ehrenmann. Kaum einen Wrestler in der Independent-Szene respektiere ich so sehr wie Timothy Thatcher. Der Typ ist ein Class-Act. Also ich kann den nur in den höchsten Tönen loben. Und ich habe den schon mehrmals live gesehen und der enttäuscht nie. Und ich fand es schön, dass Timothy Thatcher hier bei AEW sozusagen in der Rolle des Auftragskillers genau seinen Stil worked. Er versucht in keinster Weise flashy zu sein oder irgendwie einen AEW-Stil zu work. Nein, nein, er weiß genau, was seine Rolle hier ist. Er worked den Stil, den ein Timothy Thatcher worked. Und das ist bodenständig. Und das ist Handarbeit, wo er auch auf die Körperteile des Gegners losgeht. Bei Danielson natürlich, der ist angeschlagen von letzter Woche. Der hat Schulter, aua, aua. Deswegen geht der Timothy Thatcher auch sehr konsequent auf den Ellbogen und auf die Schulter. Hat immer die Wrist-Control. Also das fand ich auch sehr, sehr schön in der Anfangsphase des Matches. Achtet da mal drauf. Timothy Thatcher lässt quasi nie das Handgelenk seines Gegners los. Er zeigt einige fiese Vorarms in den Magen von Danielson. Er zeigt Uppercuts, auf die Claudio stolz wäre und versucht dann einen Avalanche, was auch immer. Ja, gelingt nicht, weil Danielson schubst den vom Seil runter und zeigt uns einen Dropkick. Damit startet Danielson dann sein Comeback. Es gibt einen Schlagabtausch und während diesem Schlagabtausch reden die Kommentatoren über Thatcher und sagen, ja, er ist quasi wie so ein Horrorfilm-Bösewicht. Und genau so hat er gerasselt in diesem Match. Ich fand das eine super Analogie, weil die Gesichtsausdrücke von Thatcher, also alles, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß und das Pacing war geil. Es war langsam. Es war nicht jedermanns Sache, dieses Match, aber mein Ding war es voll. Also mich hat dieses Match sehr abgeholt. Das ist ein Stil, den ich liebe. Es gibt von Danielson dann in seinem Comeback einen Kick an den Hinterkopf zum Two-Count und die Hammer und Anvil Strikes. Wir sehen einen Ref-Bump und das ruft niemand Geringeren als unseren AW World Champion MJF auf den Plan. Der kommt die Rampe runter, aber wird von einem Mann in einem Hoodie weggenockt von der Seite. Wer war das? Das war Takesh da. Ja, wunderbar. Der brawlt sich Backstage mit MJF. Dazu später mehr. Jetzt ist der Ref auch wieder wach und wir sehen den Fujifara-Armbar von Timothy Thatcher. Dieser Move, der wurde von den Kommentatoren und von einem Hype-Package vor dem Match etabliert als die größte Waffe in seinem Arsenal. Fujifara-Armbar geht natürlich auch auf die Schulter und Danielson leidet, aber er kommt mit dem Fuß aufs Seil. Thatcher lässt sich nicht irritieren, macht seine Belly-to-Belly-Throws, die sind ja fast schon patentiert und als er den zweiten versucht, kontert das Danielson allerdings in einen German-Suplex und zack, relativ aus dem Nichts gibt es direkt danach sein Flying Knee an den Kopf und damit auch den Three-Count. Das fand ich gut, also du hast vorhin das Wort Sense of Urgency benutzt. Genau das gab es in der Schlussphase von diesem Match. Also Danielson hat da nicht groß irgendeinen Firlefanz gemacht und hey, ich mache jetzt irgendwelche hübschen Flips zum Comeback oder so, sondern so jedes Opening, was er findet, war ihm recht und er hat versucht, so schnell es ging, seine größte Waffe abzufeuern und das war, finde ich, eine schöne Story in diesem Match, also Danielson, der sich trotz der Verletzung irgendwie diesen Sieg holt und ich fand es auch toll, wie Thatcher das Ganze gesellt hat, also mit einem absoluten K.O. Selling. Lieber Flo, dieses Match, wie hat es dir gefallen? Ich will eigentlich deine Ode an dieses Match gar nicht weiterführen, weil ich muss wirklich sagen, es passt ein bisschen zum Theme Song von Timothy Thatcher an der Stelle, also wie er reingekommen ist zu der Musik ganz, ganz wundervoll, es ist eine schöne Symphonie, kann man sich auch mal privat anhören, nein, das war einfach ein Gedicht, ich fand es super gut, das Pacing war toll und das Match hat für mich immer genau an den Stellen die richtige Abbiegung genommen, wo unser Opener die falsche Abbiegung genommen hat und das war mir total recht, ich habe es einfach genossen, ich habe ganz häufig bei AEW immer auch mal so dieses Verlangen zu meinem Handy zu greifen zwischendurch, weil es halt auch nicht immer in zwei Stunden hundertprozentig spannend ist und ich so ein furchtbarer Handysuchti bin, ich versuche mir das abzugewöhnen, aber bei dem Match gar nicht, ich habe die kompletten 13,5 Minuten mit meinen Augen auf diesem Bildschirm geklebt und fand es ein Gedicht, auch wenn es nicht spektakulär war, im Sinne von ich mache 1000 Flips und aber es war für mich die Möglichkeit da und darum hatte ich ja gebeten in der letzten Woche in einem Danielson Match, dass es jedem Moment vorbei sein konnte, weil sie es beide ernst gemeint haben und ernst geworkt haben und das fand ich war herausstechend diese Woche. Das war ein Match, wo man eine Sache ganz genau beobachten kann, wir erwähnen das manchmal in den Reviews, oftmals sind fast am wichtigsten die Sachen, die du zwischen den Moves machst. Die Moves sind nicht wichtig. Wir leben im Jahr 2023, jeder kann krasse Moves, jeder macht tolle Flips und aus dem Ring und haste nicht gesehen, juckt mich alles nicht, ein Flip holt mich emotional nicht ab, mich holt es emotional ab, wenn Thatcher, nachdem er irgendeine Random-Aktion macht, die konsequent war und auf einen Körperteil des Gegners geht, einfach erst mal verharrt und wie so ein Horrorfilm-Bösewicht böse schaut und du dir denkst so, ey, das ist ein Typ, da will ich auch nicht, dass der mir nachts begegnet, also hat mich sehr abgeholt, hat mich begeistert, dieses Match. Mein Match des Abends, aber sowas von, ja, und Backstage, lieber Flo, da gab es auch ein Match. Ja, da gab es zumindest auf die Nuss, weil, und das finde ich super, nachdem sich MJF und Takesh da aus der Halle rausgebrawlt haben, hört es nicht auf, die sind nicht einfach weg, so dies point, ja cool, jetzt gehen wir ein Bier trinken, nee, die hauen sich dahinter, Backstage, in den Gängen auch noch auf die Nase, natürlich, liebe Grüße an den Marcel, wir sehen uns übermorgen, da kommt das Bo, Brawl und Offizielle, an der Stelle, der Brawl wird aufgelöst und eine fast genauso aufgelöste Rene Parkett kommt rein und versucht an der Stelle Oberhand zu gewinnen und erst mal dieses ganze Geschrei zu unterbrechen. Investigativ, Journalistin. Genau, hier, immer den Finger ans Ohr halten und dann sagen, oh, mir wurde gerade zugeteilt, dass Tony Khan ein Match für nächste Woche bei Dynamite angesetzt hat und es gibt Takeshda gegen MJF in einem Title-Eliminator-Match. Ui. Ja, das fand ich ein bisschen awkward, also ich hab mir hier einfach nur notiert, lol, wie die beiden Jungs der Backstage auseinandergehalten werden und unsere rasende Reporterin Rene Parkett steht auf einmal Backstage mit einem Mikrofon zwischen den beiden, hey, ich hab gerade den Newsflash aufs Ohr bekommen. Ja, ja. Das wäre besser gewesen tatsächlich, wenn man da nicht Kamerawechsel gemacht hätte. Also es wurde dann zweimal geschnitten in diesem Segment und dadurch war es ein bisschen überproduziert. Das hätte besser gewirkt, glaubt mir das, wenn man einfach die eine Kamera gelassen hätte und sie geht in der Nahaufnahme auf Rene und schwenkt nach links zu MJF und schwenkt nach rechts zu Takeshda, anstatt dass man sieht, okay, das ist irgendwie alles choreografiert und da stehen drei Kameramänner, die alle nur auf ihren Shot warten. Aber nichtsdestotrotz, also Kritik beiseite, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde es schön, dass AEW diese Woche bei den Backstage-Segmenten, vor allem bei denen mit Rene, einfach mal andere Dinge macht. Vorher war das ganz cool mit Jamie Hayter und auf einmal kommt auf dem Tron was hinter denen, habe ich so in der Form auch noch nie oder sehr selten gesehen bei AEW. Das wird dadurch alles dynamischer, die Show und das ist ja das, was wir ganz oft sagen. Auch der Tobi sagt das oft in Hinblick oder im Vergleich mit den 90ern, wie in den 90ern Wrestling-Shows produziert wurden, Raw, aber auch Nitro, da haben wir auch auf Patreon unseren exklusiven Rückblick, Raw vs. Nitro, mit dem anderen Wrestler im Team, mit meinem Brother-Friend, dem Max da. Und da sieht man sowas genau in den 90ern, dass quasi die Shows waren Backstage lebendig. Backstage ist die ganze Zeit irgendwas passiert und man wusste gar nicht, wo soll man Backstage hinschauen, weil teilweise mehrere Sachen gleichzeitig passieren. dieses Gefühl hat mir Dynamite diese Woche gegeben von, oh, da passiert was und es wird nicht nur stringent der Fahrplan runtergebetet, den sich vorher irgendwie Toni Kahn ausgedacht hat und Backstage an die Wand geklebt hat. Also das muss ich sagen, hat mir diese Woche sehr gut gefallen und gar nicht gut gefallen, lieber Flo, tot mir dieser Götzmann, weil der hat das ganze Gesicht zutätowiert. Also, das ist noch nicht mal mein Problem. Also, das kann jeder aussehen, wie er möchte. Also, das ist alles in Ordnung, aber diese Storyline mit den Swerve und den Mogul Affiliates, die sich da jetzt einen nach dem Nächsten raussuchen, die irgendwie, ich sag mal, oh, ich muss jetzt ein WWE-Wort benutzen, eine Bloodline haben, nämlich sie fordern, Dustin Rhodes und Brian Pillman Jr. zu einem Match heraus in diesem Segment, was wir da sehen. Das war auch nicht besonders spannend. Die quatschen da ein bisschen, also für meinen Begriff ist das alles sehr, sehr leer, weil sie tun so furchtbar beschäftigt. Swerve sagt, wir haben die Hände voll zu tun. Man sieht sie nie, außer dass sie mal kurz in der Kamera stehen und sagen, wir mögen alte Leute nicht. Ich weiß auch nicht, das ist auch irgendwie eine Form von Diskriminierung. Ja, und später sehen wir dann in der Match-Grafik, ja, von Dustin Rhodes ist gar nicht mehr die Rede. Jetzt geht es nur noch gegen Brian Pillman Jr. und, ja mei, das, ja mei. Ich sage es auch mal. Die sollen den Dustin in Ruhe lassen. Ich versuche es gar nicht erst mit dem Bayerisch. Der trauert um seine Mutter und der soll bitte in Ruhe gelassen werden. Naja, wir gucken mal auf die Kart, was wir nächste Woche so haben bei Dynamite. Oh, wir erfahren, Danielson, der wird gegen Rouge antreten. Flo, wenn ich mich nicht täusche, müsste das doch vom Datum her jetzt das letzte Match in dieser Match-Serie von Danielson sein? Da hat MJF doch sowas gesagt vor einem Monat, Anfang Januar, hat er doch gesagt, hier Anfang Februar, bis dahin musst du alle deine Matches gewinnen, dann kriegst du dein World Title Match. Ja, wenn er sich das nicht wieder anders überlegt, aber wir sehen ja Backstage MJF an der Stelle, wie er einen ganz großen Koffer voll Geld an Rouge überreicht. War ein sehr, sehr lustiges Segment, fand ich, wie MJF das verkauft, die Interaktion mit Rouge und ich kann Spanisch, aber doch nicht so gut und hier Perro und so eine kleine Anspielung an einen gewissen ehemaligen WWE-Ressler, den ich abgrundtief verachte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr erratet, wen ich meine und an der Stelle fand ich einfach die Interaktion auch mit dem José, mit dem Assistant super, super lustig, das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schönes Segment, er gibt den Koffer voller Geld frei Haus und er hat noch fünf weitere für Rouge, wenn er seinen Job gut macht und Brian Danielson einfach so doll zermobbt, dass er eben nicht mehr gegen MJF antreten kann und da haben wir dann eben auch erfahren, das ist dieses Match bei Dynamite geben wird zwischen Rouge und Danielson. Der Rouge, der soll mal versuchen, dem Danielson den Arm auszurupfen und ihn dann mit dem Arm zu verprügeln. Als der MJF das gesagt hat, da hat die Interviewerin die Lexi ganz angewidert geguckt. Naja, also ich habe ja so meine Zweifel, ob Rouge es schaffen wird, nächste Woche den Danielson zu besiegen, aber warten wir es ab und damit, lieber Flo, kommen wir zu einem Match, auf das ich sehr gespannt war, um ehrlich zu sein, war es das Match auf dieser Card, auf das ich mit Abstand am meisten gespannt war, das Damenmatch auf der Card, wir nähern uns langsam dem Ende von Dynamite, wir sind in der zweiten Stunde, Damenmatch, TBS Championship, Red Velvet, ehemalige Betty, gegen Jade Cargill und es geht darum, ja, was werden wir am Ende von diesem Match sehen? sehen wir auf dem Tron die 50 zu 0 von Cargill, das ist ihr 50. Match oder sehen wir mit Red Velvet einen neuen Champion und ich weiß nicht, wie es dir ging, Flo, jetzt mal noch ohne Spoiler, ohne zu sagen, wie es ausgegangen ist, warst du vor Beginn von diesem Match unsicher oder war dir relativ klar, in welche Richtung das gehen wird? Ich war eigentlich relativ sicher, dass es in eine Richtung gehen wird, die wir gesehen haben, aber ich habe gehofft, dass es anders ist. Also ich hatte, ich hatte wirklich, wirklich gehofft, dass es anders ausgeht. Dito, aber fangen wir von vorne an. Das Match ist natürlich ein Match von zwei Ladies mit einem krassen Größenunterschied und deswegen gibt es auch den Hot Start, weil Red Velvet, die ist körperlich unterlegen, die ist deutlich kleiner, aber dafür schneller und deswegen versucht die mit ihrer Geschwindigkeit zu punkten zu Beginn von diesem Match, macht dann auch so einen krassen Dropkick durch die Seile gegen Cargill, die außerhalb vom Ring ist. Das war so ein bisschen so ein 90er Jahre Manöver und ja, ich habe mir notiert, Cargill, die ist in dieser Anfangsphase, wo Red Velvet ihre Moves raushaut, ein ziemlicher Klotz. Jade Cargill kann Red Velvet nicht so gut aussehen lassen, wie Red Velvet normalerweise immer andere aussehen lässt, wie Red Velvet ihre Gegnerin aussehen lässt. Ja, und das hat man zum Beispiel bei diesem La Magistral Cradle gesehen, also da war Cargill ein absoluter Klotz und dann versucht Red Velvet einen Wheelbarrow, der wird aber gekontert in einen German Suplex. Aua, der hat wehgetan, also da habe ich mir kurz Sorgen gemacht um Red Velvet. Also in dem Moment war ich mir nicht sicher, ob Cargill gerade irgendwie einen Naya Jax gemacht hat und ihre Gegnerin einfach komplett reckless auf die Matte gedotzt hat. Ringrichter, dem hat man es auch angesehen, dass der besorgt war in dem Moment und naja gut, Red Velvet fängt sich wieder halbwegs, wir gehen in die Werbepause, ich weiß nicht, ob dieses Match unbedingt eine Werbepause gebraucht hätte, aber naja, schwamm drüber. In der Werbung greift dann auch mal die Layla Gray ein, also ehemalige Freundin von Red Velvet und jetzt natürlich aber auf der anderen Seite und Cargill dominiert, wie wir das so kennen, beim Werbepausen-Catch und macht einen krassen Spot, nämlich einen Press-Slam, wo sie Red Velvet quasi in der Gorilla-Press-Position hält und von außerhalb des Ringes über die Ringtreppen auf den Apron geht, um dann Red Velvet in den Ring zu dumpen. Da sah Cargill natürlich aus wie eine absolute Göttin. Ja. Ich möchte nur sagen, zu so einem Manöver gehören zwei dazu und Red Velvet hat an diesem Move genauso viel Anteil wie Jade Cargill. Jade Cargill muss die Kraft bringen, aber Red Velvet muss die Balance bringen und nicht jede Wrestlerin könnte so eine Balance haben. Deswegen nochmal hier mein Punkt, Red Velvet ist so gut darin, andere Wrestlerinnen gut aussehen zu lassen, aber selten steht sie mit jemandem im Ring, der es schafft, sie auch so gut aussehen zu lassen. Nichtsdestotrotz gibt es This is Awesome Chance vom Publikum und es gibt dann auch den Pump Kick, der wird schön gesellt, fand ich. Ist ja eigentlich auch ein Finishing-Manöver von Jade Cargill, reicht heute aber nur zum Two-Count. Da hatte ich dann wirklich Hoffnung. Wird es Red Velvet schaffen, wenn sie aus dem Finish auskickt? Ja, ja, sehen wir einen neuen Champion, ihr würde ich es ja gönnen und Kira Hogan kommt zum Ring und ich denke mir so, ja, Kira, mach irgendwas, damit Red Velvet endlich Jade Cargill besiegt und Red Velvet macht einen Spin-Kick und Cargill liegt am Boden und wird gecovert und das Publikum zählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, die kriegt die Schultern nicht hoch, das Problem ist nur, Ringrichterin ist abgelenkt von der Kira Hogan und der anderen, der Layla Gray außerhalb des Rings und ja, das Ende vom Lied, Red Velvet versucht dann eine Short-Armed Scissor, die scheinbar bei Dark schon mal irgendwie einen Sieg gebracht hat und das hilft aber alles nichts, Cargill ist einfach zu mächtig und es gibt dann einen coolen Bewegungsablauf aus einem Sunset Flip heraus, aus der Position sozusagen, wuchtet Jade Cargill, Red Velvet, also sie womanhandelt sie nach oben, flüssig aus der Bewegung in den Jaded und wir alle wissen, was das heißt, wenn es einen Jaded gibt, dann gibt es auch den Three-Count und die Titelverteidigung und das 50 zu Null und keine neue Championess, die Red Velvet heißt. Traurig. Wirklich ehrlich, einfach schade an der Stelle. Ich hatte, ich fand das Match eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe auch das gesehen, was du gesehen hast, dass es Jade Cargill immer noch sehr schwerfällt, auch ihre Gegnerin gut aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob sie es einfach nicht möchte oder ob sie es noch nicht so versteht. Ich kann dir genau sagen, woher es kommt. Sie ist kognitiv nicht in der Lage dazu, Jade Cargill. Also bei ihr sieht man besser als bei sonst jemandem bei AW, wie es im Kopf rattert, wie es die ganze Zeit rattert und sie ist damit beschäftigt, den Bewegungsablauf abzuspulen. Was kommt als nächstes? Okay, und ich soll mich nach links drehen und nach rechts drehen und so greifen und so kontern und damit ist sie beschäftigt in ihrem Ring und das ist ein klassisches Phänomen bei Wrestlern, die noch relativ grün sind, dass sie dadurch wortwörtlich vergessen zu sellen oder vergessen, eine Aktion vom Gegner wirklich gut aussehen zu lassen, weil sie nur in den nächsten Bewegungsablauf kommen wollen. Genau das Gegenteil von einem Timothy Thatcher Match, was wir zuvor gesehen haben, wo die Aktionen alle wirken, wo die Aktionen Zeit bekommen, wie ein guter Wein, der muss wirken dürfen und genau darin ist leider Jade Cargill immer noch nicht gut, trotz ihren 50 Siegen. Ja, auch das Selling nach dem Pump Kick und dem dann nur folgenden Two-Counter, da hätte ich mir doch gewünscht, dass sie das aufgreift in ihrem Selling und sagt, was, du bleibst nicht liegen und jetzt schalte ich noch ein bisschen höher. Das war ein WrestleMania-Moment quasi für sie in ihrer Storyline, ne? Genau. Also so, wow. Normalerweise reicht es immer und jetzt hat es mal nicht gereicht und da muss doch irgendwie eine Emotion kommen. Nein, es wird einfach weitergewasselt. Da hast du vollkommen recht, Jake Cargill ist an der Stelle noch zu grün. Mal gucken, ob wir bis zu 100 gehen. Ich hoffe ja nicht und ich hoffe auch, naja, dass die Red Velvet sich mal mit Aubrey Edwards auf einen Kaffee trifft, weil was macht die denn da? Also das war ja jetzt eine ganz schön billige Nummer und wo war Kira Hogan eigentlich auf einmal? Also einmal war sie da und dann war sie auf einmal wieder weg. So, nee, komm. Lass uns über Britt Baker sprechen. Ah, die Brittany. Ich finde, wir sollten jetzt nur noch die sollten wir jetzt nur noch Brittany nennen, weil das klingt viel netter. Die Britt ist ja jetzt auch eine Liebe, glaube ich. Und die sitzt Backstage und wird erst mal verarztet. Sie hat ein bisschen so glasige Augen. Also sie wird vom Doktor geprüft, ob es ihr denn gut geht nach der Attacke vorhin. Sah aber in Ordnung aus. Saß die Nase denn noch, Flo? Hast du da hingeschaut? Ich habe sogar rangezoomt. Es ist, glaube ich, alles in Ordnung. Doch, doch. Also sie konnte auch sprechen und ja, es war alles okay. Dann passierte was. Dann spawnte nämlich auf einmal ein wildes Ruby Soho. Es einfach poppte neben Britt Baker auf und dann war die Stimmung erst mal komisch. So, äh, äh, was, was, was. Und sie versuchte aber zu beruhigen. So, hey, Doc, gib uns mal eine Sekunde. Geht's dir wirklich gut, Britt? Und Ruby, ich denke mal, das war aufrichtig von ihr gemeint und sie scheint besorgt zu sein, ob denn alles okay ist. Und Britt ist aber dann direkt in dem Angriffsmodus. So, hey, hier, das sind doch deine Girls. Hier, pfeift die doch mal zurück. Das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, Ruby versucht da wirklich in die Möglichkeit zu stellen. So, nee, 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 nee. Äh, also, was Tony Storm und, und Saraya an der Stelle gemacht haben, da habe ich nichts mehr zu tun. Und ich bin mit denen auch nicht einverstanden. Das hatten wir ja letzte Woche in der Dynamite Review, ich glaube auch, äh, schon mal besprochen. Ähm, dass, dass, äh, Ruby da nicht auf der Wellenlänge von Saraya und Tony Storm unterwegs ist. Und, äh, man merkt aber den guten Britt noch an, dass sie dem Braten nicht so richtig traut. und, äh, ihr dann eben, also der Ruby vorwirft, dass sie ja Tony Storm und Saraya viel länger kennen würde als Britt Baker und Jamie Hayter. Und deswegen können wir sie ihr nicht so richtig vertrauen. Also, vielleicht kommen wir da auch noch irgendwie zu einer Vertrauensprüfung oder sowas. Also, ich glaube, Ruby hat sich schon lange entschieden für eine Seite. Und, ähm, das könnte man jetzt auch mal klarstellen. Ja, ich will allgemein was sagen zu dieser Damen-Storyline, die wir sehen, wo Leute jetzt auf einmal im anderen Lager sind, weil, ich erinnere mich noch dran, vor ein paar Wochen habe ich gesagt so, ja, bei Saraya und Tony Storm, ich glaube jetzt nicht, dass das ein richtiger Heel-Turn war, sondern, dass man denen jetzt nur so ein bisschen einen Farbanstrich gibt. Nee, nee, das muss ich revidieren. Also, jetzt im Nachhinein ist man schlauer, dass das war ein richtiger Heel-Turn. Der kam nur irgendwie relativ aus dem Nichts und so von einen Tag auf den anderen haben die sich halt entschlossen, ja, wir sind jetzt böse und diese Woche greifen sie da halt auch Backstage die Britt Baker an, die Brittany Baker, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fress das nicht so wirklich, für mich ist das nicht so wirklich glaubhaft, Saraya und Tony Storm, ähm, da fehlt der Beweggrund und das ist überall so mit Bösewichten, egal ob beim Wrestling oder bei einem Film oder bei einer TV-Serie oder was auch immer, ein guter Bösewicht braucht eine Sache und die ist essentiell, einen Beweggrund. Mhm. Solange er den hat, egal ob seine Motive krank sind oder was auch immer, aber solange er ein Motiv hat, ist alles gut. Und du sagst, es ist für dich nicht ausreichend, dass Tony Storm und Saraya jetzt sagen, ja, wir sind hier die, die euch den Weg geebnet haben und die rumgereist sind, die tausend Jahre Erfahrung gesammelt haben und wir sind sowieso die geilsten, weil wir die ganze Welt gesehen haben und ihr seid nur diese komischen Homegrown Ladies. Reicht dir das nicht? Das ist nett gedacht, aber das ist sehr konstruiert. Also, damit das mehr funktioniert als ein Beweggrund, hätte man viel krasser etablieren müssen, dass es Disrespect gibt. Da hätte man Damen haben müssen in der Damendivision, die wirklich sagen, hey, mir ist egal, dass du irgendwie vor zehn Jahren mal bei WrestleMania angetreten bist und dass die andere irgendwo in Japan was gerissen hat. Hier ist AW, ihr seid bedeutungslos. Genau das hat man ja nicht gemacht. Das Gegenteil hat man gemacht. Eine Britt Baker hat ja eine Soraya vor ihrem Pay-Per-View-Match respektiert. Da war der Argwohn, aber es war kein Disrespect. Und deswegen dieser ganze Beweggrund mit dem, oh, wir fühlen uns nicht respektiert, nee, hab ich nicht gesehen und deswegen, lieber Flo, kann ich das an der Stelle leider nicht kaufen. Aber, mal gucken, ob ich die Card von Rampage kaufe. Was haben wir denn da Schönes? Vorhin haben wir schon angesprochen. Trios Championship, The Elite, oh, lassen sich blicken bei Rampage gegen Ethan Page, Matt Hardy und Isaiah Cassidy. Swerve Strickland, der wird antreten gegen Brian Pillman Jr. Die Bösen Soraya und Toni Storm werden auch in Action sein und im Main Event gibt es ein Aufbaumatch von Rouge gegen Christopher Daniels, beides jeweils ehemalige Ring of Honor World Champions. Mei, das wird ein Aufbaumatch für Rouge und das wird er gewinnen, damit er dann ein paar Tage später gegen Danielsson halt einen großen Sieg in der Tasche hat. Schwamm drüber. Kommen wir zur Card von Dynamite für nächste Woche. Da haben wir schon wieder diesen Rouge gegen Brian Danielsson, habe ich angesprochen. Wir haben auch ein Tag Team Titelmatch, The Acclaimed gegen die Arschjungs. Wir haben ein Eliminator-Match. Nein, wir haben sogar zwei, nämlich MJF gegen Takeshita. Wenn Takeshita gewinnt, kriegt er ein World Title-Match und wir haben Bunny hoppel, hoppel, hopp gegen Jamie Hayter und hier gilt dasselbe. Wenn Bunny gewinnt, dann kriegt sie ein Titelmatch und wir haben Dreifach-G. Wofür steht das nochmal? Das ist das Garcia-Gevara-Gauntlet. Triple G. Mega. Ja, dann, lieber Flo, würde ich sagen, wir sind an dem Punkt der Show angekommen, wo du den Mark Henry machen solltest. Well, it looked like there's been enough talk. It's time for the main event. Uh, und was für einen Main Event wir da hatten. Das dritte Match in der Serie von Joe und Darby und dieses Mal heißt es No Holds Barred. Alles ist erlaubt. TV Time Remaining TNT Championship von Darby steht auf dem Spiel. Joe, der ist seines Zeichens natürlich Ring of Honor TV Champion und mal gucken, ob er jetzt wieder beide Titel sein eigen nennen kann nach diesem Match. Das ist zumindest die Mission von Joe und die Kommentatoren stellen sich zu Beginn von diesem Kampf Flo eine Frage, die ich eigentlich ganz clever fand, nämlich wer ist denn der Favorit in diesem Kampf, wenn wir bedenken, dass es ein No Holds Barred Match ist? Das ist eine Frage, die mich auch umgetrieben hat. Also natürlich Joe is gonna kill you kriegt da nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil in dem Fall wäre es ja fast erlaubt. Man kann ganz viele Gimmicks benutzen und alles ist erlaubt und das ist krass, aber Darby ist einer, der sich von alleine umbringt, also braucht man dafür eigentlich keinen Samoa Joe. Ich hatte tatsächlich, als ich in das Match reingegangen bin, also guckend, ich war ja nicht dabei, ich hatte keinen Favoriten. Ich habe gesagt, Freunde, ich glaube, das wird richtig lecker, das könnte sehr, sehr blutig werden, das könnte auch eine absolute Schlacht werden, überrascht mich. War für mich einfach was, wo habe ich mich schön auf mich zukommen lassen und da wollte ich mich auch bewusst gar nicht festlegen, auch wenn ich aus Sympathie eher zu Darby Allen stehe, aber die Schablone Darby Allen nicht mehr sehen möchte. Also da bin ich auch selber ambivalent. Deswegen, ich war offen und naja, ich hatte meinen Spaß, sagen wir es mal so. Ja, Flo, du warst nicht dabei, aber ich war dabei, nämlich direkt zu Beginn. Thumbtack Jacket von Darby, also genauer gesagt ein Hoodie, also er hat so ein Hoodie mit Thumbtacks an der Außenseite, damit kommt er zum Ring und der Joe, der guckt erstmal blöd, aber naja gut, no holds barred, alles ist erlaubt, kann der Darby ja machen. Und dann geht er erstmal mit diesem Reißzwecken verzierten Oberteil auf den Samoa Joe los, da tut natürlich jeder Vorarm doppelt und dreifach weh, wenn da die fiesen Reißzwecken am Start sind und Darby versucht dann auch, als Joe in der Ecke ist, heranzustürmen und ihm quasi dieses Jacket zu verpassen mit seinem vollen Körpereinsatz, aber Joe, der weicht aus, das kann er ja ganz gut und zieht dem Darby dieses Ding erstmal aus und denkt sich, was für ein Firlefanz, sowas machen wir hier nicht. Joe is gonna kill you, hast du ja schon gesagt, deswegen holt er erstmal einen Tisch, aber Satz mit X war wohl nix, weil Darby kommt angestürmt und wems dem Joe die Kante, da ist ja so ein Stück Eisen oder nicht Eisen, aber ein Stück Metall hinten an der Rückseite vom Tisch, also so eine fiese, gemeine Kante, wems die dem Joe, das war keine Absicht, direkt zwischen die Augen und da geht auch sofort ein Cut auf, also das ist eine ganz klassische Stelle, hatte ich auch schon, ich habe auch ein paar Narben an meinen Augenbrauen, eben von solchen Cuts, die sich öffnen, wenn du halt da, ja, so einen Gegenstand abkriegst mit vollem Karacho, dann blutet das halt, aber hat der Match nicht geschadet, also dieses Stilmittel mit dem Blut, im Gegenteil, das war eigentlich ganz gut und Joe denkt sich erstmal, ja gut, die Spiele sind eröffnet, mein Guter, wenn du mich zum Bluten bringst, dann bin ich jetzt auch einfach rücksichtslos, dieses Match und wir sehen eine Treppe, über die Darby quasi geworfen wird, also er knallt mit dem Knie in die Treppe, macht dann einen Salto, bei dem landet er mit dem Rücken oben auf der Guarding Rail und purzelt ins Publikum, also Flashbacks von Cactus Jack in WCW Anfang der 1990er in Matches gegen Vader, das sah ganz, ganz schrecklich aus, die beiden brauen sich erstmal durch die Crowd, der Samoa Joe wirft den Darby einfach irgendwie auf die Treppenstufen, ist egal, bring ihn um, der hat zu viel Royal Rumble geguckt, ja da mit Kevin Owens, wie der da in die Ringtreppe geworfen wird, so in etwa wirft er den Darby einfach gegen alles, was er findet, es gibt einen krassen Yoranagi von Joe und es gibt einen zweiten Tisch, der außerhalb des Rings aufgebaut wird, wir sehen einen Brain Buster, der gesessen hat und Joe, der will mehr Waffen, mehr, mehr, gib ihm, mehr Waffen und weißt du, andere Wrestler, die greifen so unter den Ring und holen sich so einen Stuhl und werfen den in den Ring und holen einen zweiten Stuhl und werfen den in den Ring und einen dritten Stuhl, der Samoa Joe, der greift einfach einmal mit seiner Pranke und holt eine Handvoll Stühle unterm Ring hervor und mit einem Griff hat er die Stühle, schmeißt die in den Ring, baut die Kante an Kante auf und es gibt erstmal einen fiesen Backbreaker, Flo, der hat sogar dir der Rücken weh getan, oder? Also mir tut ja sowieso ständig der Rücken weh, aber das war nochmal ein ganz anderer Style von Phantomschmerz, also nicht nur, wie er ihn da, wie er ihn da die Treppe runter schmeißt oder über das Ringteil drüber schmeißt, als wäre er einfach nur Abfall. Ne, der schmeißt den jetzt auch einfach auf die Stuhllehnen, weißt du, ich hab das schon mal gesehen, dass jemand einen auf die Sitzfläche von einem Stuhl, aber auf die Lehne, Alter. Ja, du auf Stuhllehnen wurde ich auch schon geworfen, das ist gut, das renkt alles mal neu ein und dann fühlst du dich danach lebendig, aber erstmal fühlst du dich ziemlich tot und um dem Elend zu entgehen, greift der Darby in die Tasche und holt ein bisschen Puder hervor, das ist so sein letztes Mittel, das schmeißt er dem Joe ins Gesicht, um eine Powerbomb auf die Stühle zu verhindern. Er zeigt dann seinen Stunner und der reicht, dass Joe erstmal auf dem Boden liegt. Naja gut, und da muss der Joe jetzt auch erstmal eine Weile liegen, weil der Darby, der kommt auf eine Idee und ob die so schlau war, ich weiß ja nicht. Also er schnappt sich nochmal diesen Hoodie mit den Thumbtags und versucht den überzuziehen. Leicht gesagt, gelingt aber nicht, weil die Ärmel sind irgendwie so verwurschtelt, weil der Joe ihm das vorher rücksichtslos vom Körper gerissen hat. Darby kriegt es legit nicht hin, sich dieses Gimmick überzuziehen und versucht damit den Coffindrop zu springen. Er gibt dann schließlich auf, die Kommentatoren sagen auch schon so, Junge, jetzt springen halt einfach, das hilft jetzt auch nichts mehr zu versuchen, das Ding drüber zu ziehen. Er hat es im Prinzip wie einen Thumbtag-Schal um den Hals. Die Thumbtags haben den Joe aber nicht erwischt und das ist bestimmt der Grund, warum Samoa Joe an dieser Stelle noch auskicken konnte. Ja, weil er hätte das gesessen mit den Reisnägeln der Coffindrop. Auch nur eine hätte gereicht, nur eine einzige, da wäre der Joe sofort weg gewesen, glaube ich. Ja, da lagen ja ganz viele einzelne Reiszwecken im Ring. Das ist ja das Gemeine, also ich glaube, die haben eine Gebams gefressen auf so fiese einzelne Reisnägel und die sind noch mal schlimmer, als wenn du in so ein ganzes Bett fällst. Aber, ja gut, was könnten wir mit der Ringmatte machen? Also Reisnägel sind raus, das hat irgendwie nicht funktioniert. Versuchen wir doch einfach mal die ganze Ringmatte zu entfernen. Ja gut, auch leichter gesagt als getan, weil der Darby, der holt sich dann erstmal so ein Cuttermesser, zack, 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 cut, 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 versucht die ganzen Seile durchzukutten, um halt da den Ring zu entblößen und die Schaumstoffmatte wegzukriegen und Flo, ging es nur mir so oder hat das einfach viel zu lange gedauert? 15,5 Minuten ist das Match gegangen. Ich hatte gefühlt, fünf Minuten davon hat Darby irgendwelche Sports vorbereitet. Also das hat mich wirklich rausgenommen. Also die Intensität vorher war zum Greifen nah, die haben sich bestialisch gegeben. Ich war richtig intrigued bei den Stuhlspots, war ich, oh mein Gott, das muss so wehtun und dieser arme Mensch und dann hat er nichts Besseres zu tun als mit einem Kindermesser. Ihr kennt das, ihr hattet früher alle so ein Kinderbesteck, hatte ich auch. Mit so einem Kindermesser fängt er da an, diese komischen Bändchen durchzuschneiden und das funktioniert dann nicht und man sieht Darby an, oh mein Gott, Mist, das funktioniert jetzt nicht so wie ich will, ich muss mich beeilen und dann zieht er halbfertig aufgeschnitten, versucht er die Matte wegzuziehen und dann die Matten unterm Ring, damit das Holz frei liegt, damit sie dann im Endeffekt einen Spot zeigen können, der jetzt so viel mehr Impact auf der Ringmatte oder so viel weniger Impact auf der Ringmatte auch nicht hatte, oder? Definitiv. Also das war den ganzen Aufwand nicht wert, da wäre es leichter gewesen, einfach die Stühle zu nehmen und halt neu zu positionieren im Ring und darauf eine Aktion zu versuchen. Also wenn du da Minuten investierst, also wirklich Plural, Minuten, diverse Minuten, um zu versuchen, das hinzukriegen, dann lass es sein. Ich habe so Spots auch schon gemacht in Matches von mir, aber es gibt eigentlich nur einen schlauen Weg, so einen Spot zu machen, wenn du die Ringmatte entblößt, lass es andere machen. Während du wrestlest, hab eine Entourage von Leuten, wir haben es damals die Ringcrew machen lassen, unter einem Vorwand quasi die Ringcrew gezwungen, los, mach die Matte ab, während wir weiter wrestlen und zack, auf einmal ist der Ring entblößt. Anstatt dessen, ja, versucht es halt Darby und das hat leider nicht geklappt. Das war sehr schade und, aber umso konsequenter war dann der nächste Spot von Joe, nämlich dieser Walkaway Spot, wo einfach der Gegner angestürmt kommt. Ja, und Joe geht. Natürlich geht er, weil Joe hatte gerade zwei, drei Minuten Zeit, um sich zu erholen und er geht halt einfach während Darby wirklich crasht und burnt mit einem Suicide Dive durch einen Tisch. Der Tisch ist wirklich explodiert, das sah überhaupt nicht gut aus. Joe verpasst ihm dann eine Powerbomb auf dieses Thumbtack Jacket. Ich glaube, die war improvisiert, weil da hat Darby auch so geguckt, oh, was machst du jetzt? Okay, alles klar, Powerbomb, los geht's. Und, na dann versucht Samoa Joe noch den Darby zu wirken mit diesem Thumbtack-Hody ins Gesicht und, ja, schließlich geht es auf den Turnbuckle zu einem Avalanche-Manöver auf den besagten, entblößten Ringboden. Es gibt dann am Ende den Musclebuster. Ob der jetzt so viel schlimmer war, weil es auf den Boden war, also auf die Holzplatten, im Vergleich zu einem normalen Musclebuster vom Seil, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, Joe, mach den Sack zu, lieber Flo. Und wir sehen einen neuen Champion. Er ist der König des Fernsehens. Er ist jetzt wieder so richtig TNT-Champion und Ring of Honor TV-Champion. Ja, ein ernstzunehmender König. Er hat das wahrgemacht, was er gesagt hatte. Also hat Akta Nonverba praktiziert und an der Stelle kann man nur gratulieren. Das war bis auf diese kurze Länge, also kurze Länge, gar nicht mal so kurze Länge, durch die vorbereitenden Spots, hatten wir angesprochen, war das für mich ein sehr, sehr cooles Match. Ich habe es mir gerne angeguckt. Ich war unterhalten. Ich war, ich habe es ja gesagt, ich war sogar drin im Match. Ja, und damit ist Joe ja jetzt wieder Champion und dann ist alles gut und dann gehen wir nach Hause, oder TJ? Genau, gehen wir nach Hause, gehen wir auf WR. also ich würde auch sagen, das war ein unterhaltsames Match zum Abschluss der Show. Es war halt so ein Autounfall. Wie gesagt, die eine Stelle haben wir kritisiert, das hat zu viel Zeit gefressen, aber ansonsten war das ein Match, da waren wir investiert. Ja, und investiert in alles, was mit Samoa Joe zu tun hat, ist auch Wardlow. Ja, der war jetzt ein paar Wochen weg, der hat sich ein bisschen die Haare nachwachsen lassen, aber gut, so viele Haare wurden da ja eh nicht abgeschnitten vom Samoa Joe vor ein paar Wochen und ja, der kommt zum Ring gestürmt und versucht erstmal die Powerbomb-Symphony. Klappt aber nicht. Und das ist unser Cliffhanger, Samoa Joe im Ring. Der wütet da noch ein bisschen und wirft da irgendwelche Security-Leute durch die Gegend. Das sind unsere letzten Bilder. Wardlow ist wieder am Start und wir sind am Ende dieser Review angelangt. Lieber Flo, was machen wir denn aus dieser Episode von AW, Dynamite? Dynamite, ja, was machen wir daraus? Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch ganz hin und weg mit dem Timothy Thatcher-Match. Also das ist definitiv mein Match of the Night und damit auch für das konsequente Working, trotz des doch starken Main-Events, ist Thatcher für mich der MVP der Folge. Einfach weil mir dieses Match, weil es so unkonventionell war, weil es so unüblich war für AW Dynamite, ist es für mich herausgestochen. Ich habe es geliebt und werde gleich vor dem Spiegel ungefähr diese Grimassen, die dieser Mann ziehen kann, üben, damit ich euch beim Community-Treffen richtig schön erschrecken kann, wenn ich dann rauskomme in den Ring und also wir machen uns ja immer darüber lustig, wenn manche Dinge nicht so funktionieren oder wir beschweren uns, wenn irgendwelche Moves nicht klappen, wie dieser komische Dropkick von Red Velvet, der war ja nicht so toll. Aber hey, wir warten mal ab, bis ich am Samstag unfallfrei im Ring stehe. Da bin ich mal gespannt drauf. Also alle Patrons, die kommen und auch die Nicht-Patrons, die kommen, die können sich da auf was gefasst machen, weil ich ungelenkes A-Land soll nämlich dann in den Ring da reinklettern. Ich bin mal gespannt, wie viel Gräten ich mir dabei breche, TJ. Aber um nochmal bei Dynamite zu bleiben, ich fand es gut, ich habe es mir gerne angeguckt und ich habe es geliebt, mit dir darüber zu sprechen, mein Lieber. Ich fand es toll. Ja, ich glaube auch, unterm Strich war das wahrscheinlich eher eine bessere Ausgabe von Dynamite. Ja. Für mich nochmal wichtiger als alles bei den Matches war, dass man Backstage ein paar neue Sachen ausprobiert. Nicht alles davon wird sofort ein Jackpot sein, aber probiert neue Sachen aus, probiert neue Arten von Backstage-Segmenten mit eurer Carla-Kolumna, die da Backstage rumläuft. Und ja, jetzt haben wir nahtlos überzogen, lieber Flo, deswegen haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr groß über Hausshows zu reden, aber hast du dazu noch irgendwas auf dem Thema? Also AW macht jetzt Hausshows, wie wir eingangs erwähnt haben. Ja, ist an sich eine gute Sache, oder? Also ist ein nächster Schritt in der Weiterentwicklung dieser Brand, oder? Genau. Also ich kenne es ja von WWE, dass es so ist und dass es so war. Auch vor Corona war das so. Und ja, es ist ein nächster Schritt in Richtung des Marktführers. Und ich hoffe, das ist eine gute Einnahmequelle. Und vielleicht, und das hoffe ich gerade auch für die Amerikaner, sind die Karten nicht so teuer wie bei der WWE und es werden die Hallen gefüllt. Und gerade für das Talent, was eben vielleicht auch nicht immer bei Dynamite und oder Rampage zu sehen ist, sondern eher bei Dark und Dark Elevation nochmal eine Möglichkeit, auch ein paar Dinge auszuprobieren vor Live-Publikum, was dann ein bisschen größer ist, als vielleicht bei Dark und Dark Elevation. Was sagst du? Oh, ich kriege gerade die Info, dass mein Zug zur Abfahrt bereitsteht, mein Zug nach Fulda. Ja, lieber Flo, dann kann ich nichts mehr sagen an dieser Stelle. Dir gehören die Schlussworte. Ja, dann mach du dich schon mal auf den Weg. Ich wünsche unseren lieben ZuhörerInnen einen wunderbaren und ZuschauerInnen natürlich auch einen wunderbaren Rest Donnerstag. Genießt den Rest der Woche. Ich hoffe, wir sehen uns in Fulda und ich kann nur verbleiben mit meinen Lieblingsworten. Bleibt gesund und neugierig. Schaut euch es an, schreibt in die Kommentare, bleibt fleißig und habt eine gute Zeit. Bis dann.